Hi meine Lieben und schön, dass ihr wieder in mein neues Video geklickt habt. Ja, heute gibt es ein Video, auf das ich mich wahnsinnig freue. Ich plane das nämlich schon gefühlt ewiglich. Und jetzt endlich habe ich alle Produkte zusammen, um mit euch ein komplettes Video nur mit elf Produkten zu machen. Einige Produkte, wie das Puder zum Beispiel, kennt ihr schon, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Dann haben wir noch den sagenumwobenen Filter, den ja gefühlt jeder mag. Und wir haben noch diverse andere Produkte. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt Lust. Ich habe übrigens die Produkte alle über Amazon bestellt. Also, falls ihr da Interesse habt, ich werde euch jedes einzelne Produkt unten in die Infobox verlinken. Es sind keine Affiliate-Links, es ist einfach nur das, wo ich geshoppt habe. Und ich hoffe, es hilft euch. Und ja, dann werden wir mal schauen, was die Produkte heute alle so können. Ich fange mal an mit einem Primer, und zwar ist das der Power Grip Primer. Das ist ja auch ein relativ bekanntes Dupe zu dem von Milk. Ich glaube, der heißt Hydro Grip. Und ja, das Produkt habe ich jetzt auch schon ein paar Mal verwendet. Ich muss sagen, ich finde es ganz ordentlich. Kommt in dieser kleinen Quetschtube mit Pumpspender. Und den trage ich mir in meiner T-Zone auf, wo ich am meisten Probleme habe mit dem Verschwinden von Make-up. Ich komme übrigens frisch aus der Dusche. Ich rieche also wie ein Blümchenfeich. Dann machen wir weiter mit dem Filter. Der kommt genau wie der von Schalotte mit so einem riesen Puschel. Und den trage ich mir aber nur auf den höchsten Punkten meines Gesichts auf. Und da nur ich ihn verwende, verwende ich auch den Puschel. Dann klopfe ich mir das Ganze ein mit meinem Schwämmchen. Ja, man sieht vielleicht schon ganz gut, es gibt einen richtig netten Glow. Ich habe übrigens die Farbe 3. Genau, und ich lasse da aber die T-Zone aus, weil auf der T-Zone habe ich ja schon meinen Hydro Grip oder Power Grip. Oder was ist jetzt mal? Primer? So, und ich glaube, man kann das ganz gut sehen. Ihr habt dann so einen richtig schönen Glow. Dann habe ich ein neues Pferdchen im Stall. Und zwar wollte ich schon immer mal diese Carmo Cream ausprobieren. Ich habe die Farbe Fair 140, glaube ich. Wartet. Ja, Fair 140. Es wirkt ein bisschen hell, aber wir haben ja braunen Sonne. Kommt ebenfalls in so einem Quetschtübchen. Ihr seht, es ist sehr hell, aber wir tragen es einfach nicht großflächig auf, sondern ein bisschen eingeschränkt. Und dann trage ich mir. Hallo, Kaspar. So, dann gucken wir mal, wie sich das Ganze so verteilen lässt. Ja, ist hell, aber jetzt nicht dramatisch. Die Konsistenz ist übrigens ein bisschen, ja, pastös, ein bisschen salbig. Geht so ein bisschen in die Richtung Bepanthen-Creme, wenn ihr wisst, was ich meine damit. Und ich finde aber, bisher sieht das alles sehr schön einheitlich aus. Meine Haare sind übrigens noch nass, nur, dass ihr auch nicht wundert. Ich habe hier, ich habe drei Pumpstöße genommen. Das reicht dicke aus. Wenn ihr übrigens irgendwas im Hintergrund hört, das ist mein Sohn, der spielt in seinem Zimmer mit. Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, mit dem Beauty-Schwamm, aber das war jetzt ja auch so gewollt, habe ich so eine leichte bis maximal mittlere Deckkraft. Ich denke mal, man kann das schon ein bisschen schichten, aber das mache ich nicht wegen des zu hellen Tons. Ich arbeite dann lieber mit Concealer. Ich muss aber sagen, mir gefällt das Ergebnis recht gut. Ich finde, es ist sehr einheitlich. Ja, ich mag es. Kommen wir zum Concealer. Und zwar habe ich da den ELF Hydrating Carmo Concealer. Der hat ein satiniertes Finish. Und den trage ich mir. Guck mal, wenn der Concealer dunkler ist als die Foundation, dann weißt du Bescheid. Genau, und bei dem Concealer sieht man auch ganz gut, der hat eine tatsächlich ganz gute Deckkraft, finde ich. Also ich finde die sogar mittel bis hoch. Ihr könnt damit definitiv was verstecken. Und obwohl der Ton relativ dunkel ist, ich habe glaube ich ein Light. Light Sand, finde ich, hält er trotzdem den unteren Augenbereich auf. Tut mir übrigens leid, weil ich gucke hier unten ins Bild und nicht oben. Ich hoffe, es verfehlt euch nicht. Aber da bin ich, weil da bin ich. Ich schaue euch tief in die Augen. Wir haben heute übrigens jede Menge Creme-Produkte hier. Ich bin ein bisschen aufgerischt. Aber erstmal, damit mit meinem unteren Augenbereich nichts passiert, sette ich das Ganze. Ich halte mich da jetzt aber erstmal nur auf dem unteren Augenbereich auf. So, dann hat e.l.f. einen Putty-Bronzer. Es gibt both Bronzer und Kontur. Ich habe mich bewusst für den Bronzer entschieden. Ich habe die Farbe Honey Drip. So sieht das Ganze aus. Ist ein relativ schöner, so ein richtig schöner Karamellton, finde ich. So, dann nehme ich mir mal den Pinsel, den ich für sowas immer gerne verwende. Der ist von Real Techniques. Und gucke mal, wie so die Pigmentierung ist. Ich glaube, da kann man ruhig ein bisschen rein gehen. Farbe finde ich ganz gut. Also auf jeden Fall zum Aufwärmen. Schön. Hat so einen richtig schönen goldig-karamelligen Ton. Ich würde es jetzt mal nicht Orange nennen. Aber definitiv so ein bisschen was Karamelliges. Er ist definitiv nicht so stark pigmentiert wie der von Huda. Also da braucht ihr keine Angst haben. Der von Huda, also da geht ihr rein mit dem Pinsel und habt gleich den halben Erdbein am Pinsel. Das habt ihr hier nicht. Hier könnt ihr richtig so schön reindüpsen und könnt das so richtig schön schichten. Also ihr müsst hier schon ein bisschen arbeiten. Es ist nicht so schnell gemacht wie ein Puderprodukt. Aber es ist relativ safe, würde ich sagen. Weil ihr halt nicht stark überdosieren könnt. Ja, also das gefällt mir ganz gut. Schaut mal. Geh mal so ein bisschen weg. So gerade hier. Sieht richtig schön gülden aus, oder? Dann habe ich hier zwei Blushes. Ich habe einmal diesen Carmo Liquid Blush in der Farbe Peach Perfect. Passt perfekt zu meiner Wandfarbe. Und ich habe eins von diesen Putty Produkten in der Farbe Bahamas. Da wir schon ein Putty Produkt ausprobiert haben, nehme ich mal den. Kommt in diesem kleinen Lipglossartigen Behältnis. Und auch mit einem Lipglossartigen Applikator. So, dann gucken wir mal, was der so kann. Stärker pigmentiert, als ich dachte tatsächlich. Ach, so eine schöne Farbe. Sieht natürlich aus. Sieht auch sehr schön aus, ne? Schön natürlich. Oder was sagt ihr? Hm, gefällt mir. So, dann habe ich ein Blush Highlighter Hybrid. Und zwar ist es dieses Typchen hier. Das ist der Halo Glow Beauty Wand. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt an den Verpackungen, Leute. Aber wir haben hier natürlich jede Menge Dupe-Alarm. Und der hier erinnert sehr, sehr stark an ein Produkt von Charlotte, was ich auch schon mal besessen habe. Ich habe es dann allerdings verschenkt. Und ich bin ganz gespannt. Das ist die Farbe Candlelit. Und ich habe gedacht, ich nehme das als Blush Topper. Kommt auch direkt oben was raus. Und dann gucken wir mal, was der so kann. Das verteile ich mal mit den Schuhen, ne? Ja, aber ich habe hier schön Glow. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Als reinen Blush wäre es mir ein bisschen zu wenig. Also als Blush Topper oder rosäfarbener Highlighter für etwas dunklere Hauttöne kann ich mir den sehr gut vorstellen. Ja, macht einen super Eindruck. Ich bin gespannt, wie das alles hält, Leute. Denn ihr wisst ja, ich bin neu in dem Game. Ja, mit feuchten, cremigen Produkten. Aber ich dachte, wenn ich das mit jemandem ausprobiere, dann mit euch. So, zwischendurch, alle, die meinen Instagram verfolgen, wissen, ich habe eine innige Beziehung zu diesem Lippenöl. Glow Revive Lipöl. Lipöl. So, dann habe ich zwei Augenbrauenprodukte. Ein Brau-Brall-Pensel und ein Augenbrauen-Mascara. Ich habe die Farbe Taube und ich glaube, ich habe beides in Taube. Ich bin der Meinung, es ist beides in Taube, Leute. Dann einmal die Augenbrauen durchschneiden. Und der Augenbrauen-Stift kommt mit so einer ganz kleinen Mine. Der Stift hat definitiv vom Farbton... Also, er ist nicht hundertprozentig aschig. Ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Also, ihr habt hier schon einen relativ roten Einschlag, obwohl es ein Taube-Ton sein soll. Aber nichtsdestotrotz ist die Mine sehr schön. Es wirkt nicht super wachsig, was ich bevorzuge. Ich mag lieber eine harte Mine. Ich hoffe aber, dass der Mascara das Ganze noch ein bisschen wieder ins Aschige zurückholt. Denn es ist mir gerade hier im vorderen Bereich ein müh zu orange. Also, da solltet ihr auf jeden Fall auf der Hut sein. Und wenn ihr dunklere Augenbrauen habt als ich, dann guckt er auf jeden Fall vielleicht nach einem mittleren Braun. Und ich würde tatsächlich sogar dazu tendieren, da einen Grauton zu nehmen, wenn es einen gibt. Also, der ist sehr, sehr, sehr warm. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ja, das sieht aber ganz vielversprechend aus. Seht ihr, das ist schon wesentlich kühler. Na, es sind nicht meine liebsten Augenbrauen. Also, Augenbrauen-Mascara finde ich von der Farbe her definitiv schön. Ich finde es angenehm, weil es so eine ganz leichte, pudrige Konsistenz hat. Das mag ich sehr. Ich bin gespannt, wie es mit meinem herkömmlichen Alltags-Augenbrauenstift ist. Ich kann mir mal vorstellen, dass mir das gut gefällt. Der Augenbrauenstift, wie gesagt, von der Formulierung her, super. Farbe für mich zu warm. Dann habe ich meinem Gesicht jetzt ein bisschen Zeit gegeben, um die Produkte aufzunehmen. Und jetzt sette ich das Ganze mit meinem Puder. Ich verwende weiterhin mein Elf Halo Glow Setting Powder. Nochmal, lasst euch da nicht von dem Glow irritieren. Es ist ein mattes, beziehungsweise normal, natürliches Setting Puder. Und diesmal trage ich es aber mit einem Pinsel auf. Dazu nehme ich mir ein bisschen was in meine Kappe. Und dann, mit stempelnden Bewegungen, gehe ich über die Gesichtspartien. Bei dem Highlighter passe ich natürlich ein bisschen auf. Das lasse ich so ein bisschen frei. So, mit L. Dann habe ich mich dagegen entschieden, einen Lidschattenlook zu machen. Ich hoffe, ihr hängt mich jetzt nicht. Aber ich trage halt im Alltag total gerne einfach nur einen Eyeliner. Und ich wollte unbedingt gerne mal den H2O-Liner ausprobieren. Und habe mich dementsprechend für den H2O-Proof Eyeliner Pen in Jet Black entschieden. Es kommt mit einer Filzspitze. Sehr schön spitz. Erstmal sehr schwarz. Als erstes dachte ich, es ist glänzend schwarz. Aber ich glaube, das ist nur die Restfeuchtigkeit. Ich glaube, es wird matt. Ja, aber es ist auf jeden Fall tief schwarz. Farbe, schön. Richtig schön schwarz. Gefällt mir gut. Die Spitze ist mir persönlich ein bisschen zu hart. Dadurch habt ihr nämlich dieses Gezuppel. Und ich finde, gerade wenn man wie ich 41 oder vielleicht auch schon älter ist. Oder einfach auch schon früher etwas weicheres Material am Auge hat. Dann ist dieses Gezuppel immer schwierig, wenn man klare Linien haben will. Da habe ich es lieber ein bisschen beweglich. Das habt ihr hier nicht. Also da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr das nämlich nicht mögt, dann würde ich den stehen lassen. Dann gibt es definitiv Alternativen, auch in der Drogerie. Aber die Farbe und ansonsten gefällt mir super. Dann habe ich eine Mascara. Und zwar habe ich die ELF Lash & Roll. Kommt ähnlich wie die Lash Sensational mit so einem kleinen bananförmigen Gumminoppenbürstchen. Und die trage ich mir jetzt großflächig auf. Und dann kommen wir zu den Lippen. Ich nehme mir jetzt als erstes mal die Lippenpflege etwas ab. Ich habe mir zwei Lip Liner gekauft. Und zwar von diesen klassischen, anspitzbaren Holz-Lip Linern. Einmal die Farbe Badest Beige. Und einmal die Farbe Spill the Tea. Das eine ist ein bisschen, ja, rosa-peechy-nudiger. Das andere ist etwas braun-nudiger. Was für ein Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Bauchmäßig würde ich mich für den entscheiden. Da ich aber einen Lippenstift habe, der sehr hell ist, nehme ich den. Genau. Kommt in so einem klassischen, anspitzbaren Holzstift. Das finde ich schon mal doof. Das passt dann nicht, hält nicht fest. Ich hänge mir die immer da hinten dran. Aber ist ja nur ein kleines Beiwerk. Okay, krass. Sehr cremig, sehr intensiv. Die Farbe ist aber schön. Die hat auch so was Honig-Karamelliges. Na, mal schauen, was das zusammen mit dem Lippenstift tut. Und zwar habe ich von ELF einen von diesen Click Sticks. Nenne ich sie ja immer. Die gibt es jetzt auch gefühlt von allen Marken. Der heißt Pout Cloud Lip Plumping Pen. Ich kann euch sagen, ich habe den schon sehr, sehr häufig verwendet. Es ist ein richtig schönes Peachy Nude. Ich habe die Farbe, oh Gott, fragt mich bitte nicht. Ich werde sie euch unten in die Infobox verlinken. Richtig schön cremig. Sehr, sehr, sehr hell nude. Also ich finde die ganz, 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 ganz schön. Und bin happy, dass ich mich für die dunklere Farbe entschieden habe. Denn ich finde die, das Ergebnis ist ein super schöner, bräunlicher Nude-Ton. Gefällt mir mega. So meine Süßen, dann gehe ich jetzt meine Haare machen. Und dann sprechen wir über das Ergebnis und die Produkte, die ich empfehlen oder empfehlen kann. So, da bin ich und ich habe noch einen kleinen Nachtrag, weil ich nämlich weiß, dass einige Mäuse ein bisschen empfindlicher sein könnten als ich. Das Lippenprodukt, ja. Ich habe, ich glaube, ich bin da ein bisschen abgestumpft bereits, ja. Ihr habt hier was Kühles, leicht Prickelndes, aber es ist nicht schmerzhaft. Nicht schmerzhaft. Ganz, ganz wichtig. Es ist eine tolle Farbe, ein tolles Nude. Ich kann es euch auf jeden Fall anraten. So, und soll ich mal was sagen? Ich finde meinen Setting Spray nicht. Ich habe von ELF noch das Setting Spray. Ich werde euch das auch unten verlinken. Ihr habt das garantiert schon gesehen, wenn ihr auf meinem Instagram herumlungert. Und zwar ist es ein, ja, so wie ein All-Nighter-Setting Spray. Finde ich sehr angenehm. Hat einen ganz, ganz angenehmen Duft. Riecht so ein bisschen wie Nivea-Creme. Hat einen ganz feinen Sprühnebel. Ist sehr, sehr angenehm. Kann ich euch auf jeden Fall anraten. Ich finde es leider gerade nicht. So, dann ist das jetzt der fertige Look. Mir gefällt er sehr, sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir sprechen mal über die Produkte im Einzelnen. Und sprechen dann mal darüber, was würde Böttchen nachkaufen und was nicht. Den werden wir einfach nochmal irgendwann demnächst testen, Freunde. Ich beginne mal mit der Reihenfolge, wie ich es auch auf dem Gesicht getragen habe. Und zwar mit dem Primer. Den Primer finde ich ganz angenehm. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob er viel macht, was die Haltbarkeit angeht vom Make-up im Gesicht. Denn ich trage mein Make-up, würde ich sagen, normal, lange. Ich trage es morgens auf, trage es abends ab. Und dann hält bei mir in der Regel immer alles, weil ich es aber auch mit Puder sette. Ich finde aber, es macht ein sehr schönes, durchfeuchtetes Gefühl. Also, wenn ihr da ein bisschen Unterstützung braucht, weil ihr eine sehr trockene Haut habt, etc., dann guckt euch das auf jeden Fall an. Ist es ein Must-Have für mich? Nein. Kommen wir zu diesem Produkt. Und da muss ich sagen, das ist definitiv eine Empfehlung von mir für euch. Ich finde, es ist ein wunderschöner Glow unter Make-up. Und was ich persönlich ganz toll finde, es ist ein wunderschöner Glow unter flüssigem Make-up, sowie es auch unter Puder-Make-up. Und ihr wisst ja, ich bin eine Puder-Make-up-Maus. Ja, und im normalen Alltag trage ich fast nur Puder-Foundation. Und auch da kann man das super drunter tragen und hat einen ganz leichten, subtilen Glow. Dann die Carmo-Creme, CC-Creme. Ich muss sagen, ich finde die recht ordentlich. Ich finde, die hat bei mir mit einem Schwämmchen aufgetragen und vorsichtig aufgetragen, weil ich eine zu helle Farbe bestellt habe, ein leichtes bis mittleres Finish. Ich finde aber, und ich erwarte, dass wenigstens der richtige Farbton ist und ich mehr Produkt benutze, dass es auch ein Medium bis ganz leicht etwas mehr Finish gibt. Denn ich finde, man merkt das immer ganz gut am Mund, wie sich das dort aufträgt. Und da habt ihr definitiv eine ordentliche, mittelpreisige, mitteldeckende Foundation. Würde ich sie mir persönlich jetzt nachkaufen? Ich glaube nicht, weil ich die Konsistenz nicht so angenehm finde. Dieses pastöse, seibige ist nicht meine persönliche Lieblingsformulierung. Ich weiß aber, es gibt viele Menschen, die das mögen. Also wenn ihr diese Art der Formulierung mögt, dann ist das auf jeden Fall was, was ihr euch anschauen könnt. Der Concealer kriegt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ihr habt hier einen mittelmäßig bis sehr gut deckenden Concealer, der nicht super trocken aussieht. Die Farbe ist für mich super. Dieses Light Sand ist ein wunderschöner, ganz leicht gelber, gelb-untertöniger Ton. Und ja, ich finde, es ist eine große Empfehlung. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und da kriegt ihr wirklich viel und gutes Produkt für euer Geld. Der Bronzer fand ich überraschend gut. Ihr wisst, ich bin ganz neu in diesem Creme-Produkte-Markt unterwegs. Und was ich ganz gut finde, ist, dass es für mich ein totales Anfängerprodukt ist. Ich habe ja gerade mit dem Puder, die Tentour-Produkt, ein komplettes Kontrastprogramm hier in meinem Sortiment. Da müsst ihr fast ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht von Anfang an zu viel Produkt nehmt. Das habt ihr hier nicht. Hier könnt ihr fast nicht überdosieren, sondern könnt richtig schön auftupfen, gerne nochmal reingehen, nochmal ein bisschen mehr Produkt nehmen. Und ja, also ich muss sagen, ich finde, das ist ein super Starter-Produkt, wenn man wie ich erstmal so die Fühler ins Wasser, die Füße, die Zehen, ihr wisst, was ich meine, ins Wasser stecken wollt. Und einfach sagt, Mensch, ich möchte einfach jetzt kein halbes Vermögen ausgeben für ein höherpreisiges Produkt, sondern ich möchte einfach mal testen. Kann ich euch den auf jeden Fall anraten. Und das Blush fand ich oder finde ich sehr schön. Ich finde, es hat einen sehr schönen, natürlichen Ton. Ich muss auch sagen, es kommt deutlicher hervor, als ich das erahnt habe in der Farbe im Paket. Ich finde, die sieht sehr hell aus, kommt aber mit einer super Pigmentierung daher. Und auch das gefällt mir richtig, richtig gut. Also ja, davon werde ich mir eventuell auch nochmal einen dunkleren Ton holen und eine andere Farbe einfach mal. Vielleicht mal so einen rosa Ton. Und dann werde ich das nochmal testen. Das Blush-Produkt, also der Blush-Topper, Schrägstrich-Highlighter, finde ich genauso wie den Blush sehr, sehr nett. Also wer gerne das Charlotte-Produkt mal probieren möchte, ich kann euch sagen, die sind sehr ähnlich. Ich hatte es ja zu Hause. Selbst die Farbtöne sind sehr ähnlich. Und dieses hier ist einfach nur ein Bruchteil des Preises vom Charlotte. Also von daher guckt da auf jeden Fall auch mal, wenn ihr sowas ausprobieren wollt. Ist es was, was ich jetzt benötige für mein Lebensglück? Nein. Aber es ist schön, das auszuprobieren und auch mal eine andere Technik anzuwenden. Ja. Also kann ich euch auch empfehlen. Ausnahmslos empfehlen kann ich euch das Lippenöl. Wir sprachen ja jetzt schon darüber. Kommen wir zu den Augenbrauen. Die Augenbrauen, ich meine mit meinem XXL Pony kann ich es ja mal ganz gut verstecken, wenn ich Startart Leiden Christy zustande gebracht habe. Aber ich finde die Produkte gut, aber nicht für mich farblich passend. Also das jedenfalls nicht. Ich finde die Qualität des Stiftes super. Dafür, dass es der Taube-Ton ist, ist es mir aber viel, 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 viel zu warm. Ihr habt ja einen ganz, ganz goldenen, rötlichen Ton mit drin. Und das ist für mein Arschblondes Haar einfach nicht das Richtige. Dieses Produkt hier ist gut. Ich bin gespannt, wie es mit einem aschigeren Augenbrauenstift drunter ist. Es hat eine schöne kleine Bürste. Es hat ein sehr schönes, pudrig-krebiges Produkt. Und da bin ich ganz gespannt, um das auszuprobieren. Ich glaube aber nicht, dass es was ist, was euch eure Augenbrauen fixiert. Es ist nichts wie ein Laminierungsmascara oder so, sondern es ist einfach nur Farbe. Bisschen Fibers und dann war es das. Also ich würde sagen, das ist ein gutes Produkt für Leute, die Augenbrauen haben und keine malen müssen. Oh, ich habe das Puder vergessen. Große Empfehlung. Ich mag es. Ich habe witzigerweise mich jetzt mal informiert, was so andere Leute davon halten. Und viele finden, dass es zu trocken ist. Das geht mir gar nicht so. Also ich finde, ich habe jetzt aber auch einen ganz normalen unteren Augenbereich, nicht super trocken. Und das ist spitzenmäßig, ja. Also ich finde, das ist ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich verwende es unfassbar gerne. Es hat tatsächlich so ein bisschen meinen Givenchy-Puder abgesägt. Was ich auch noch verwende, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier einfach der Oberhammer, Leute. Also das Halo Glow Setting Powder kann und möchte ich auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir den Eyeliner. Der Eyeliner hat ein wunderschönes, tiefes Schwarz. Es ist nicht 100% matt, sondern so semi-matt, würde ich sagen. Also wenn ihr auf ganz matt steht, dann ist es nicht das Richtige für euch. Wenn euch so ein ganz, ganz kleiner Schimmer nicht stört, dann könnte es was für euch sein. Warum ich mir dieses Produkt definitiv nicht wieder kaufen werde, ist einfach, dass mir die Filzspitze zu hart ist. Sie gibt null nach und gerade wenn man wie ich eben schon Ü40 ist, dann ist die Haut am Auge einfach nie mehr so straff wie bei einer 18-Jährigen. Und wenn du dann da so dran so zupst, dann werden die Linien einfach nicht richtig schön gerade. Und ich habe halt auch keine Lust immer einen auf den zu machen, weil das einfach nicht sein muss. Und ja, dementsprechend ist das kein Nachkaufsprodukt für mich. Ich werde es aber definitiv weiterverwenden, weil den Eyeliner als solches, also die Farbe und so weiter, finde ich in Ordnung. Aber die Filzspitze ist mir persönlich etwas zu hart. Die Mascara, die Mascara ist in Ordnung. Es ist keine Mascara, die ich mir nachkaufen würde. Auch wenn sie auf den ersten einen Anschein, den Anschein einer Lash Sensational macht, wo wir alle wissen, es ist mein Holy Grail Steckenpferdchen Mascara Line. Nein, diese hier ist mir in der Bürste ebenfalls zu hart. Ich hatte das ganze Problem auch ähnlich schon mal mit einer Benefit-Mascara. Da fand ich die Mascara als solche super, aber auch da fand ich das Bürstchen und die Noppen so, so, so hart. Das war fast wie eine Waffe, Freunde. Das war eine Waffe, das war die They're Real, glaube ich, damals. Alter Falter, die ging ja durch alle Betten, ja, die gute. Aber bei mir ist sie nicht gelandet, weil ich habe sie einmal ausprobiert und habe gesagt, tschau Kakao, du bist mir einfach zu hart. Und ja, genau so geht es mir hier auch. Ihr könnt super aufwächern, wenn ihr eine gute definierte Wimper haben wollt, dann ist das auf jeden Fall was, was ihr angucken könnt. Aber ein sehr, sehr steifes Bürstchen, genau. Und dann kommen wir last but not least zu den Lippen. Ich muss sagen, das Ergebnis finde ich super, super schön. Den Clickstick, mega. Ja, wie gesagt, ihr habt hier dieses leichte, kühlig, killernde, nenne ich es mal. Ich finde die Farbe aber unfassbar schön und liebe die einfach für den Alltag, weil es macht so einen richtig schönen cremig, glossigen Look. Und der Lip Liner gefällt mir ebenfalls gut. Es ist aber nichts für Leute, die Probleme haben mit dem Ausbluten von Farbe, weil das Ding hier ist sehr cremig, Leute. Das ist quasi wie ein Lippenstift in Stiftform. Das könnt ihr wunderbar großflächig auftragen, aber es hält euch nicht dolle und es ist sehr, sehr, sehr weich und damit einfach natürlich prädestiniert zum Auslaufen und Ausbluten. Also so eine halbe Empfehlung, es kommt darauf an, was ihr einfach mögt. Wenn ihr einfach Farbe haben wollt, aber sagt, okay, es muss jetzt nicht von hier bis nach Meppen reichen, dann gibt es eine Empfehlung, weil die sind sehr günstig. Ich bin der Meinung, drei Euro kostet so ein Stift. Aber es ist nichts, wenn ihr wie ich zum Beispiel auf den Charlotte Tilbury Lip Liner steht, der einfach super festwachsig ist, sich richtig in eure Lippe reinarbeiten lässt und da auch erstmal bleibt. Ja, also da ist da nichts für euch. Ich hoffe, das hat euch geholfen. So, meine Lieben, das war mein sehr, sehr ausgiebiges Elf Video. Ich hoffe, ihr hattet ganz, ganz, ganz viel Spaß. Mir hat es sehr viel Spaß gebracht. Ich finde diese Marke unfassbar spannend. Ich finde es toll, dass sie Dupes machen zu wesentlich, wesentlich teureren Produkten von zum Beispiel Rare Beauty, Charlotte und so weiter und so fort. Und dementsprechend war ich sehr gewillt, das auszuprobieren und das Geld auszugeben. Und ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr könnt mit den First Impression Gedanken und den kleinen Review Gedanken was anfangen. Vielleicht verhindere ich euch einen Fehlkauf oder finde euch damit einen neuen Holy Grail. Ich hoffe es, hoffe es sehr. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, meine Süßen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.